Teppich fliegen Teppich fliegt, ist einfach schlauer Mein Teppich fliegt gut, hundert Sachen Kein Kurven und auch Loopings machen Braucht keine Hupe, braucht kein Licht Auch eine Brände braucht er nicht Teppich fliegen, das ist logisch Hochprozentig, ökologisch Macht nicht Lärm und nicht Gestank Braucht nicht Motor oder Tank Auch nicht Bunker, Rät und Tauer Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer Heißer durch die Wolken rauschen Mit keinem Flugzeug würd ich tauschen Bringt mich zu meiner Soraya Dann bis bald, ich bin schon da Weißer 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 Vielen Dank.